Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Geschichten aus der Köln-Luft. Wir sind wieder am Start und dieses Mal mit Power of Evil. Tristan, freut mich, dass ihr da wisst. Wahre Legende, wenn man so ein bisschen guckt. Deutscher E-Sport, Ewigkeiten dabei gewesen, in der LCS damals noch, dann nach NL gekommen. Profispieler eigentlich, jetzt mittlerweile eher Streamer, Content Creator und so bei Eintracht Spanner unterwegs. Du hast auch, wie alle Leute, die ich hier habe, unfassbar viel durch. Eine mega interessante Geschichte, wie ich finde. Darüber quatschen wir heute ein bisschen. Bevor wir bereitstarten, gibt es noch irgendwas, was die Leute sonst über dich wissen müssen? Ansonsten finden wir das gleich wahrscheinlich im Freundebuch aus. Nee, du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Fast neun Jahre jetzt quasi Pro-Player-Karriere gehabt. Vier Jahre in Europa, dann fünf Jahre in Amerika. Das ist so lange. Und jetzt erstes Jahr quasi Pause und quasi mache jetzt Full-Time-Content-Creation. Und Ende des Jahres werde ich mich dann entscheiden, ob ich quasi nochmal einen Return machen will. Oder ob ich sage, nee, Full-Time-Content-Creation ist quasi... Ist es. Ist es. Ist es einfach. Deswegen, ja. Okay, okay. Vielleicht der Return. Interesting. Vielleicht mal gucken. Ich wäre sehr gespannt. Ich habe auch ein paar coole Momente, wo ich nachher mit dir drüber reden will, wo ich mich dran erinnere. Aber vorher kommen wir zu Barthes Freundebuch, dem einzig waren Freundebuch, welches eigentlich ist wie alle anderen Freundebücher auch. Ich stelle dir ganz generische Fragen, so wie, was ist dein Lieblingschampion zum Beispiel? Achso, das hast du schon die Frage. Das kannst du mir gerne dir antworten. Okay. Mein Lieblingschampion? Wahrscheinlich Oriana. Also wirklich so der Champ. Ich habe den seit neun Jahren gefühlt Millionen von Games drauf. Weiß nicht, der ist immer meta gewesen, hat immer Spaß gemacht. Ist super kreativ, weil du einfach quasi ein Champion bist. Und du hast aber auch noch quasi deinen Ball, was quasi so ein bisschen wie so ein zusätzlicher, wie so eine Einheit ist dann quasi. Um die du dich halt kümmern musst, wie positionieren musst und so. Ja, genau. Und du bist quasi zwei Sachen gleichzeitig. Du bist halt unterstützend, aber kannst auch so Plays machen und so. Du hast halt, also Oriana hat schon viele Aspekte. Ist ja auch der Champion, den ich unter anderem mit dir verbinde, wenn ich so im Kopf zurückdenke an so viele E-Sport-Momente, die ich mit dir gesehen habe. Ansonsten, deine Lieblingsposition Mitte, ich glaube, da braucht man nicht größer. Mitte, muss man nicht drüber reden. Da muss man nicht drüber reden. Ich glaube, wer Tristan kennt. Ich hasse die Lane. Wirklich? Nein, nein, ich liebe die Lane. Deswegen habe ich auch noch nie überlegt, irgendwie zu swappen. Es gibt ja auch Pro Player, die sagen, hier irgendwie nach, ich glaube, sozusagen zwei, drei Jahren quasi kriegen die mit, ey, die Lane macht mir doch nicht so viel Spaß. Ich will doch lieber swappen. Aber nicht jeder kann es halt hinkriegen, weil es natürlich sehr, sehr viel auch quasi Zeit kostet, nochmal die Lane zu swappen. Deswegen die meisten bleiben quasi bei einer Lane und bei mir auch so. Ich bin zufrieden mit der Mitte, mir macht die immer noch Spaß und habe da glücklich die Richtige gewählt. Das freut mich, das freut mich. Es gibt natürlich trotzdem so Phasen, in denen man mehr Spaß hatte auf der Lane als in anderen. Und ich habe viele Pro-Spieler oder Ex-Pro-Wir schon gefragt, was so die Lieblingsseason war. Wie sieht es denn da bei dir aus? Was war so deine Lieblingsseason, an die du dich erinnern kannst? Jetzt heutzutage, wo ich mehr streame, sage ich oft dann, wenn Führerfragen sowas ähnlich ist, und da sage ich dann oft, dass mir wirklich die frühen Seasons natürlich mehr gefallen haben. Einfach weil Midlane viel mehr OP war früher. Ja. Also, als ich die Rolle gewählt habe, wusste ich das gar nicht. Ich habe da möglicherweise nur mit Freunden gespielt, die hatten nie eine Midlaner. Dann bin ich so ein bisschen in diese Rolle reingefallen. Krass. Und Midlane war halt so, glaube ich, Season 3 super OP. Du konntest wirklich 1v9 carryen, da gab es alles. Da konntest du sowas spielen. Wie Six Anivia, da gab es den Baron-Buff noch nicht. Das heißt, die Minions, du konntest einfach ein Game 90 Minuten lang stallen. Das heißt, auch wenn du vier Leute hast, die nicht gut League of Legends spielen, stallst du einfach das Game für die, indem du quasi alle Minions killst, bevor die zum Turm kommen. Und wartest, bis alle deine Team-Mates sechs Einnahmen haben. Dann hast du noch eine Chance. Dann hast du noch eine Chance. Oder, was du noch machen konntest, seit du Midlane da war, gefühlt jeder Champion konnte so ganz einfach über 1000, 1100 AP kommen. Also Ability Power. Ja, ich erinnere mich. Und heutzutage, ey, bin ich froh, wenn ich 600 habe. Ja. Also das ist eine andere Welt. Heutzutage Midlane immer noch eine starke Rolle, aber sehr, sehr viel teamlastiger. Eigentlich League of Legends generell wurde immer mehr teamlastiger über die Jahre, was finde ich auch eine richtige Entscheidung ist. Aber genau, Midlane fuhr, war schon noch eine andere Nummer. Auf jeden Fall, ich erinnere mich da auch sehr gut. Da gab es auch so viele Videos und so viel Content zu 1000 plus AP, Anivia oder Rise oder was auch immer. Und dann hast du halt all diese Videos gesehen, wo einfach Leute nur gewonnen, Schade geworden sind. Genau, du spielst sowas wie Fist oder LeBlanc und hast dann auch noch dieses frühe Item Deathfire Cress und einfach nur Deathfire Cress. Und dann machst du halt zu LeBlanc die beiden cool Teammate und der Artikel ist tot. Literally kein Zeug. Einfach nur Point, Kling, drei Sachen. Ich hatte eine Menge Counterplay damals. Das war schon krass. Das war schon sehr funny. Hast du in all der Zeit einen Lieblingsduo-Mate, mit dem du gerne gespielt hast? Das ist eine schwierige Frage. Ja. Also ich hatte halt viele, viele Teammates, auch viele, viele coole Teammates. Ja. Und ich glaube, so über alle Jahre hinweg war mein Lieblingsteam jetzt Igner. Kann ich mir gut vorstellen. Mit dem war ich zweimal auf Worlds. Ich glaube, dreimal im Finale. Einmal im Spiel am dritten Platz. Also wirklich so einer meiner besten Freunde im E-Sport. Einfach, keine Ahnung, wir kommen super klar außerhalb vom Spiel quasi klar miteinander. Und sind da quasi super gute Freunde geworden. Und das hat halt enorm geholfen quasi in der Kluft, weil, was ich davor meinte mit, du brauchst mehr Synergy heutzutage oder mehr quasi dieses Teamverständnis und quasi diesen Teamplay-Aspekt. Ja. Das ist halt enorm wichtig, dass du quasi ein Freund bist außerhalb vom Spiel. Weil dann kannst du besser jemandem Feedback geben. Du kannst besser dich im Spiel verstehen. Quasi auch manchmal blind verstehen. Er muss nicht mehr was sagen. Ich weiß genau, was er tun wird. Und das hilft halt enorm. Speziell wenn du als Supporter mit Lainer. Das ist eine gute Kombo. Wo quasi der Supporter kann immer engagen. Und du knallst den Damage rein. Und das ist dann einfach eine gute Kombo. Ich erinnere mich tatsächlich auch, wenn ich so zurückdenke an die E-Sport-Zeit. Auch die in Europa, SES damals noch. Immer an so dieses Misfits-Game. Auch mit Igna und Hans Hammer damals noch. Was auch, glaube ich, auf Worlds sah, wo ihr so mega überrascht habt und so. Ja, das ist krass. Das ist so eine Sache, die sich einfach in mein Gehirn eingebrannt hat. Das ist so eins der Games und eine der Begegnungen, die immer da sein wird. Deswegen verstehe ich das voll. Ich habe das auch noch so ein bisschen im Kopf. Wenn du eine Quote in diesem Buch hinterlassen könntest. Weißt du, so diesen typischen Satz, den du dir in fünf Jahren sagen willst. Oder irgendjemandem, der dieses Buch später liest. Hast du da irgendwas wie so einen Ratschlag oder irgendein Zitat oder so? Ich würde sagen, dass du immer an dich glauben sollst. Und immer versuchen sollst, dich quasi selbst zu verbessern. Und an dir arbeiten sollst. Weil ich kam, bevor ich mit League of Legends angefangen habe, aus Dota. Also aus Walk of 3 Dota. Ich habe das immer nur aus Spaß gespielt. Und war da super bad drin. Da war super bad drin und es war ja auch ein MOBA. Und ich habe dann irgendwann mit Dota aufgehört, weil ich zu schlecht drin war. Oder habe quasi den Switch gemacht zu League of Legends. Weil als ich Dota gespielt habe und gegen Pros gekommen bin. Da gab es kein Matchmaking. Also bist du manchmal gegen Pros gekommen. Und da konnten die Pros ihre eigenen Minions last in Dota. Also nicht nur die Gegner, sondern auch seine eigenen. Dass du das Gangplank früher auch konntest. Das war schlimm. Ja. Und dann war das so, dass ich dann einfach komplett geohnt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt war ich mal ein Stopp zu League of Legends. Viele meiner Freunde spielen das. Die haben mich gefreut, ob ich League of Legends spielen will. Und dann den Stopp. Und krass. Einfach komplett in eine andere Welt. Und dann hast du von damals schon das Gefühl gehabt, du willst improben. Du willst dich praktisch verbessern. Genau. Also ich glaube bei Dota, also bei World of 3 war das noch nicht so der Fall. Deswegen würde ich sagen, dass das meine Quote ist. Weil bei League of Legends kam auch irgendwie dieser Shift. Ich will mich verbessern. Ich will die Games quasi carryen. Wenn ich gegen einen Pro Player komme, war das nicht negativ angesehen. Sondern eher, ey cool. Wenn ich hier geohnt werde, kann ich das und das lernen. Oder ey, ich weiß noch, als ich gegen Alex Itch gespielt hatte. In einem Team-Rank-Szenario mit ein paar Freunden. Mit meinem großen Bruder. Das war mit Moskow Five. Die haben uns weggeohnt. Und ich habe gegen Kassio Paya. Er hatte Kassio Paya gespielt und mich Level 2 gekillt. Und dann dachte ich mir so, alter, dieser Champion ist so krass. Ich muss den selber spielen. Dann habe ich angefangen, Kassio Paya zu spielen. Das hat mich quasi, nicht quasi frustriert, sondern eher motiviert. Finde ich sehr cool. Ist eine sehr gute Quote. Könnt ihr gerne mitnehmen. Fokus auf Improof ist natürlich ein gutes Mindset. Und ja, das ist auch so ein bisschen der Anfang natürlich, den du gerade geschildert hast. Wie du praktisch in den League reingekommen bist. Natürlich erst durch Freunde. Aber wie du dann auch versucht hast, besser zu werden. Wie bist du denn in den E-Sport reingerutscht? Weil der Moment, wo ich dich kennengelernt habe, war über Summoners Inn. Wo ich dann so ACS und so begleitet habe. Da hat man sich dann auch mal so ein bisschen getroffen oder so. Aber da warst du ja schon eine Weile im ProPlay unterwegs. Was war so dein erster Berührungspunkt damit? Mein erster Berührungspunkt mit ProPlay war wahrscheinlich so Online-Turniere. So Go4Lol. Ich glaube, früher hieß es auch Monster Cup und sowas. Die ganz alten Sachen. Also super alte Sachen. Viele kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Das sind so alte Turniere, wo du, da spielst du für 30 Euro Ride-Points oder eine Maus, eine Razor-Maus oder sowas. Das war krass gewesen damals. Ja, das waren schon, da konntest du Sachen gewinnen. Und da habe ich noch gespielt mit meinem großen Bruder. Er war auch so Dive Nights. Ich war quasi Challenger und mit drei weiteren Freunden. Also Halo-Freunden. Und da hat das erste Turnier da gewonnen. Eine Maus, 30 Euro Ride-Points, wie gesagt. Also oha. So den ganzen Tag, den ganzen Sonntag gespielt. Also dieses Go4Lol kann jeder sich anmelden. Das war quasi so ein Turnier. Das Startet um 10 Uhr morgens, endet um Mitternacht so gefühlt. Am nächsten Tag Schule. Und wenn du vorher verlierst, kriegst du gar nichts. Also wenn du nicht irgendwie Top 2 oder Top 3 bist. Deswegen manchmal endest du den Tag um 10 Uhr abends nicht so, scheiße, ich habe die. Das war einfach nichts. Den ganzen Tag gewasted und hast nichts bekommen. Ne, genau. Also das war quasi die erste E-Sports-Erfahrung. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass mein großer Bruder nicht mehr so viel Zeit hatte. Halt mehr wegen Abitur und Schule da mehr investieren konnte, musste. Ich als Schüler noch vor Abitur noch viel, viel mehr Zeit gehabt. Deswegen konnte ich noch mehr League spielen. Und habe dann quasi angefangen, Team-Rank zu spielen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Teams. Quasi zu tryouten für die Academy-Liga. Das war quasi die zweite Liga. Die hieß, früher hieß die sogar noch Coca-Cola-Liga. Die war gesponsert. Coca-Cola Zero oder so. Ja, das waren wilde Zeiten. Wilde Zeiten, ja. Sehr wilde Zeiten. Und genau, dann quasi Team-Rank gespielt. Und irgendwann bin ich dann zu Unicorns of Love gekommen. Und mit denen habe ich dann quasi den Einstieg in quasi die LCS geschafft. Davor vielleicht noch zu erwähnen, gab es noch so ein paar Hügel, die man erklimmen musste. Ich war zuerst bei Unicorns of Love. Dann bin ich sogar gegangen, weil es Probleme gab. Shibi war mein Jungler. Oh, Shibi hat damals noch gespielt. Genau, Shibi war mein Jungler. Und ich fand, er war nicht gut genug für die zweite Liga. Hört sich schieß an, aber das war so eine Einschätzung. Und meinte dann zu meinen Teammates, ey komm, ich glaube, das wird nichts. Die meinten dann, nee, 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 wir spielen mit Shibi, das ist unser Freund. Und das habe ich auch verstanden. Da habe ich gesagt, okay, spielen wir. Das ist auch, finde ich, auch unfair. Das war so in der Mitte der Saison quasi. Und dann haben wir quasi mit ihm gespielt. Leider verloren. Dann habe ich gesagt, okay, dann wechsle ich jetzt, weil die immer noch nicht ändern wollten. War quasi kurz bei einem anderen Team. Da habe ich dann auch mein erstes Offline-Turnier gespielt in Schweden. Oha. Und das war sogar lustig, denn das war das erste Offline-Turnier auch von Perks. Das wusste ich auch gar nicht am Anfang, weil er war in einer anderen Kuppenphase. Ja. Und das habe ich dann gewonnen, erster Platz. Das war so, oha, erstes Offline-Turnier gewonnen. Direkt Perks praktisch besiegt. Er war in einer anderen Kuppenphase, ich habe ihn also nicht begegnet. Ich wusste gar nicht, dass er dabei war, bis ich es dann irgendwann später erfahren habe. So wirklich so fünf Jahre später. Einfach krasser Zufall. Und genau. Dann aber gab es da Probleme. Also früher war alles so unprofessionell. Es gab keine Coaches. Musst du selber anreisen und so. Alles war, ja, es war wirklich, es war wirklich kein, heutzutage hast du Schwab-Psychologen, Coaches, Köche, Manager, Analysten, du hast alles quasi. Früher da, okay, da gibt es auf einmal Beef zwischen zwei Leuten, okay, einer muss jetzt gehen, so in der Art. Und dann quasi hatte ich wieder getryoutet und dann hat der Unicorns of Love mir geschrieben, ey, wir haben jetzt gewechselt, Shibi ist nicht mehr dabei, er ist jetzt der Coach und ob ich Lust hätte jetzt zu spielen. Dann meinte ich so, okay, krass, ihr habt jetzt ja doch gewechselt, ey, das wollte ich sowieso von Anfang an, warum habt ihr das nicht vorher gemacht? Und genau, dann quasi Unicorns of Love und dann der Einstieg in die LCS. Krass. Shibi mittlerweile, Grüße gehen raus, auch ein sehr guter Coach, immer noch bei Unicorns of Love, macht einen wundervollen Job. Coaching. Ist wirklich krass, ne, wie sich das so entwickelt hat. Und jedes Jahr performt sein Team richtig gut. Und immer besser, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich, wirklich krass zu sehen, wie sich Leute entwickeln, wie sich auch die Richtung entwickeln. Weil du bist dann in der LCS gewesen, das ist so die größte europäische Liga, ne, für die Leute, die vielleicht nicht so drin sind und nicht so im E-Sports hinterher sind oder zu der Zeit noch nicht dabei waren. Das, was damals LCS war, ist heute LEC, so einfach die europäische. E-U-LCS hieß das. Genau, genau. Und da warst du dann unterwegs, da bist du auch ziemlich weit gekommen, muss man sagen, auch so Worlds-Auftritte etc. Die dann später mit Misfits kamen und dann bist du Richtung NL gegangen und hast halt da sehr lange Zeit verbracht. Da will ich auch gleich drüber reden, weil ich kann mir vorstellen, wir haben noch gar nicht über so den internationalen E-Sport geredet. Vorher noch so, wie war die Zeit in der LCS, wo du dann angekommen bist? War das ein großer Unterschied, auch was so die Struktur anging, was so die Orgas und alles anging? Ja, also das erste Jahr mit Unicorns war immer noch ein bisschen chaotisch, weil wir quasi, das war so, wir sind fünf Freunde, die sich qualifiziert haben und jetzt alles so ein bisschen verrückt. Wie handelt man das alles? Gaming House etc. Alles ein bisschen tricky. Der Vater von Shibi hatte da sehr, sehr viel geholfen gehabt und ja, also meine Zeit in der LCS lief sehr, sehr gut, würde ich sagen. Unicorns of Love war ein riesiger Erfolg. Wir sind direkt ins Finale, im ersten Split eingefahren. Wir hatten davor noch Intel Extreme Masters, das war auch ein riesiges so Pop-Off-Turnier, wo wir gegen TSM gespielt hatten und wir mit Björksmecke klatscht haben, das war super cool. Das war auch so von vielen Leuten, irgendwie heutzutage wissen das auch noch viele, viele Leute, so ein bisschen wie diese SKT-Serie, weil wir so komplette No-Names waren. Oder dann Underdogs. Genau, wir waren die übelsten Underdogs und haben dann quasi TSM, was zur Zeit so ein World-Team, gutes World-Team quasi dargestellt war, komplett weggeklatscht haben. Und als Pro-Player habe ich auch lustigerweise in den ersten zwei Jahren in der ULCS auch direkt, das sage ich auch sehr, sehr oft oder erzähle ich sehr, sehr oft, beide Seiten so von Social Media und beide Seiten von, jetzt würde ich sagen, dem Fame und so ein bisschen mit Abkommen. Und habe direkt quasi so das gelernt, finde ich, auf einer guten Art und Weise. Und zwar im ersten Jahr, als ich bei Unicorns verbracht war, da war ich meiner Meinung nach so ein bisschen der gefeierte Held, so der quasi vielleicht VIP im Team. Du bist halt reingestartet und die Leute kannten dich direkt so und die haben direkt performt. Genau, wir haben Turnier gewonnen, wir sind ins Finale gekommen als übelst Underdogs, deswegen war ich da quasi so der gefeierte Held im Sinne von, oha, der ist insane. Guckt euch mal an, wie gut der ist. Ja, der ist insane und auch wenn ich quasi ein schlechtes Game hatte, war das nicht so wild, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin 0-2-0 gewesen und dann wurde zum Beispiel auf Reddit, waren meine Teammates dran schuld. Das war richtig krass, das war echt komisch, dass quasi, auch wenn ich Fehler gemacht habe, dass dann eher meine Teammates dran schuld waren als ich. Und dann im nächsten Jahr war ich, also quasi Unicorns hat super gut geklappt und ich habe dann quasi ein Angebot bekommen von Origin, die bei Worlds waren im Halbfinale, die wollten, dass ich X-Pack ersetze und dann habe ich quasi diesen Wechsel gemacht, weil das war halt ein riesiges Upgrade von, wir haben es gerade so nicht zu Worlds geschafft, zu einem Weltmeister-Semi-Finalist will dich quasi einkaufen so der Art und deswegen dann den Wechsel gemacht und da habe ich quasi dann direkt die andere Seite gesehen. Und zwar waren halt viele Leute immer noch sad und auch quasi ein bisschen frustriert, weil ich ja quasi X-Pack in eine riesige Midlane-Legende quasi ersetzt habe und da gab es dann die andere Seite, das ist quasi, ich kann auch 2-0-0 stehen und richtig gutes Game spielen, dann aber verlieren und dann wäre sowas wie, aber X-Pack hätten sie es gewonnen oder warum spielt X-Pack hier nicht? Und da habe ich quasi direkt so beide Seiten vom Social Media und also als Spieler, als Spieler quasi erlebt, wo quasi, oha, also das hört sich für mich fies an, aber das ist ein bisschen delusional quasi auch so, manchmal was so alt alles im Internet ist und quasi direkt ein dickes Fell bekommen, weil ich dann so dachte, oha, krass, in einem Jahr kannst du quasi die gefeilte Hälfte, in einem Jahr kannst du quasi der gehasste Willen sein, der gehasste Bösewicht und das hat mir auch für die nächsten Jahre sehr, sehr viel geholfen. Ich glaube auch, also ich habe dich, ich habe dich immer sehr so als so Underdog im Kopf gehabt, so mit den Teams, weil Unicorns auf Lauf bist du neu reingekommen und man wusste noch nicht ganz, was man erwarten soll und dann habt ihr auf einmal performt, Misfits spielt ja auch, gerade gegen SKT und so, das waren halt so Momente, wo ihr eher in der Underdog-Position wart, aber trotzdem ist es halt interessant zu hören, wie so die Wahrnehmung von Social Media ist, weil die ist teilweise natürlich ganz anders, auch wie du das mitbekommen hast, so mit diesen Ups und Downs und das gab, glaube ich, ja später nochmal Momente, in denen das ähnlich war, dass Leute Kritik geäußert haben, wo du nach N.A. gegangen bist, da erinnere ich mich auch sehr gut dran, gab es voll viele, die gesagt haben, warum geht jetzt nach N.A.? So, hä, du bist doch ein Spieler aus Europa, so, warum bleibst du nicht hier? Natürlich, weil die Leute gerne dich hier gehabt hätten, weil sie dich natürlich bei den Teams gefeiert haben und Leute sind erstmal so ein bisschen skeptisch, wenn neue Sachen kommen und so, aber auch, weil viele natürlich die Entscheidung nicht nachvollziehen konnten, kann ich mir zumindest vorstellen damals. Deswegen, was war denn der Grund damals, dass du gesagt hast, nach N.A. zu gehen und vor allem, wie war es für dich in der Situation mit diesem ganzen Social Media und dem Feedback, was die Leute hatten, umzugehen? Also das Ding ist, dass ich von Anfang an, also ich glaube sogar schon so am Ende von Unions of Love wusste, dass ich eigentlich mal nach Amerika gehen wollte und nach Amerika spielen wollte, also sehr, sehr früh meine Karriere, weil früher, also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber früher war nach N.A. gehen richtig großes Prestige. Nur die wenigsten europäischen Spieler oder quasi die wenigsten Spieler überhaupt kriegen die Chance, nach Amerika zu kommen und das war quasi so früher, ja halt einfach das, der Prestige-Move quasi. Okay, krass, du bist so gut, du bist quasi, in Amerika dürfen quasi nur zwei Imports in jedem Team sein. Das bedeutet, du musst besser sein als alle amerikanischen Spieler, du musst besser sein als alle europäischen Spieler, die quasi nicht konkurrieren, darüber zu gehen und du musst besser sein als quasi alle asiatischen Spieler, quasi China und Korea. Das heißt, es war quasi früher super gut angesehen, heutzutage nicht mehr so, früher schon und genau, also das war quasi das so, das wollte ich schon immer mal machen und man muss halt erstmal sich natürlich diese Chance erarbeiten, das ist ja nicht einfach so, nach Unicorns of Love habe ich da fünf Angebote aus Amerika, sondern erstes Jahr mit Unicorns, zweites Jahr mit Origin, hatte ich keine Angebote und dann nach meinem starken Jahr in Misfits hatte ich dann die ersten Angebote aus Amerika, viele Angebote aus Europa, aber um so ein bisschen eine Quasi-Perspektive zu schaffen, war das jetzt so, dass ich wusste, dass Misfits, also ich hätte, ich wäre bei Misfits geblieben, Spieler unterhalten sich ja, reden miteinander und ich hatte da gesagt, ey, ich würde gerne zusammenbleiben, ich würde gerne, weißt du, so run it back in der Art, weißt du, gleich ist Wasser. Ihr wart ja close. Ja, wir waren insane, wir waren auch alle eigentlich gute Freunde und so, aber jeder Spieler hat halt andere Ziele und wir haben da ganz offen miteinander gesprochen als Teammates und jeder hat andere Ziele. Jemand hatte, vielleicht hatte jemand mehr, der quasi darauf will, mehr Geld machen, auf kurze Zeit. Jemand will, sagt vielleicht, okay, mit drei Leuten verstehe ich mich gut, mit einem nicht, ich will doch lieber das Team wechseln. Oder mit anderen Leuten haben wir eine bessere Chance. Genau, oder vielleicht noch ein größeres Superteam. Und das im Endeffekt kam quasi raus, dass wir uns wahrscheinlich alles bitten werden. Igna ging nach Korea, ich bin nach Amerika gegangen und ich glaube, zwei, drei, ich glaube, Panzer und Afari waren da geblieben, Max, so weiß ich nicht mehr genau. Also im Endeffekt war das so ein bisschen, wir haben uns da gesplittet und die Entscheidung, da nach Amerika zu gehen, war auch quasi zum einen die Angebote. Ich wollte sowieso immer nach Amerika, wie gesagt, von vorab. Zum anderen war es auch noch, das ist so eine kleine persönliche Note daran, das ist für mich auch so ein bisschen wie so ein DLC, wie so ein Extension Pack war. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer als Midlaner die letzten drei Jahre, da als ich in der ULCS gespielt habe, quasi gegen die gleichen sieben bis acht Midlaner gespielt. Also wirklich, es war so, dass von zehn Midlaner, da wechseln vielleicht ein, zwei neue Midlaner-Talents rein und raus und die anderen acht waren meistens so geblieben. Was bedeutet, du spielst quasi wirklich drei Jahre lang gegen die gleichen Midlaner. Dieses Base-Game immer wieder. Ja, klar, die Champion-Pulse, alles ändert sich ein bisschen, aber der Play-Style und wie die spielen, wie die in der Lane spielen, wie die mit Genre spielen, das ist halt alles sehr ähnlich. Und für mich war das auch so, ey, ich will mal sehen, wie kommunizieren die Amerikaner, wie reden die in Game, was machen die für Shot Calls und auch quasi, wie spielen die amerikanischen Midlaner, da gibt es ja irgendwie einen anderen Play-Style. Und für mich war das dann quasi auch so eine Learning Experience. Außerdem ist es so, natürlich mal in L.A. gespielt zu haben, fand ich auch super cool. Zudem, weil ich ja quasi selber Deutscher bin und ich schon öfter in Berlin war. Für mich war da quasi Berlin nicht so prästig wie L.A. Kann ich mir vorstellen, ja. Und natürlich muss man auch ehrlich sagen, zu dem Jahr war Franchising gekommen auch noch. Ja, ich erinnere mich. Das heißt, das war das erste Jahr, wo Franchising war und Franchising bedeutete natürlich viel größeres Gehalt, denn die Sponsoren haben dann nicht mehr die Gefahr, dass quasi das Team, was die Sponsoren, absteigen kann. Und deswegen war auch einfach das Angebot viel, viel stärker als Europa zu dem Jahr und da konnte Europa einfach nicht mithalten. Das hatte sich später, nachdem Franchising, ich glaube ein Jahr später dann nach Europa kam, geändert. Da würde ich sagen, waren dann die Gehälter wieder sehr, sehr ausgeglichen. Also wenn ich so meine Angebote überlege, so über die Jahre, waren sogar die letzten zwei, drei Jahre wahrscheinlich sogar fast bessere Angebote aus Europa gehaltlich. Aber das erste Jahr, also das Jahr, war Amerika natürlich auch viel, viel besser. Und genau, und dann habe ich mich dafür entschieden, das waren quasi nur mal so ein bisschen Perspektive reinzubekommen, die Aspekte. Habe mich dann quasi dafür entschieden, nach Amerika zu gehen und ich würde sagen, ich habe das wahrscheinlich, also ich habe es nicht so gut gehandelt, würde ich sagen, also Social Media-mäßig, denn davor gab es All-Stars und ich habe quasi Kampagne getrieben, hier, ich will für All-Stars spielen, weil für mich war das so, ich wusste zu der Zeit schon, also kurz nachdem All-Stars war, wusste ich schon, okay, jetzt, ich habe Angebot aus Amerika, das ist eine Chance, dass ich nach Amerika gehe. Und dann dachte ich, okay, jetzt nochmal, bevor ich nach Amerika gehe, will ich nochmal Europa präsentieren, repräsentieren und nochmal quasi, dass sie da alle weg und für Europa und so quasi so als letzter Boom, bevor ich quasi dann... Ja, das war immer so gegen Jahresende, da kann man immer so Spieler aus den jeweiligen Regionen wählen, die dann als Teams hingefahren sind und sich ordentlich gebattelt haben, was sehr cool war. Genau, und dann habe ich dafür Kampagne getrieben, gewonnen und das repräsentiert und dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie kurz danach, dann quasi die Nauze, die sich jetzt nach Amerika gehe, wo dann viele Leute sehr, sehr mad waren, also wirklich komisch mad, also ich als Spieler habe natürlich eine komplett andere Perspektive als die Fans, die Fans waren wahrscheinlich enttäuscht, weil... Ja, weil ihr Lieblingsspieler geht aus ihrer Region weg. Genau, ihr Lieblingsspieler geht, wahrscheinlich auch viele Leute sagten sich, ein guter Spieler geht, vielleicht der die Chancen reduziert, vielleicht Worlds zu gehen oder nochmal zu Worlds zu gehen, etc. Für mich war das aber halt die anderen Aspekte halt alle wichtig und ich weiß nur, dass dann die Leute auch, also viele Leute waren auch sehr, sehr mad, weil sie meinten, ich habe sie verraten, also das fand ich auch ein bisschen rückblickend lustig, dass ich sie verraten habe, weil ich quasi Kampagne betrieben habe, gesagt habe, hier, ich will Europa repräsentieren und dann gehst du. Und dann gehe ich. Und ich glaube, dass es einfach den falschen Hals gerückt ist, quasi gerutscht ist, weil dieses, also wie ich es gerade gesehen habe, es war quasi nochmal so das letzte Mal und für die war das so gefühlt so, glaube ich, der Anfang eventuell, von so einer, vielleicht so auf so einem Podest, okay, das ist jetzt der Anfang. Ja, Europa gegen NA ist halt auch einfach immer ein großes Thema gewesen. Also ich glaube, bei jedem, immer wenn wir Allstars hatten, wenn wir MSI hatten, wenn wir Worlds hatten, dann war Korea eigentlich zu dem Zeitpunkt immer die stärkste Region, dann kam es aus China und dann war es halt EU versus NA. Das war immer so. Bei jedem internationalen Turnier, EU musste versuchen größer als NA zu sein, das war das, was man battlen musste. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass Leute einfach, wenn du nach China gegangen wärst oder nach Korea, das ist, glaube ich, was anderes gewesen als nach NA. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, den Leuten fällt es einfach schwer oder ist es damals schwer gefallen, direkt deine Gründe zu sehen, weil Prestige ergibt halt übel viel Sinn. Finanziell muss man sagen, gibt es halt auch Sinn, weil es ist immer noch dein Job, so du musst ja gucken, wo du bleibst, wie lange du es machen kannst und so. Aber auch zu sagen, ey, ich will andere Gegner sehen, ich will mich weiterentwickeln. Ja, genau. Ich glaube, das ist halt auch für Fans schwer nachvollziehen. Safe. Also ich glaube, ich hatte so das Gefühl, die Fans, das Einzige, was sie gesehen haben, mehr Geld. Ja. Deswegen kam auch dann das lustige Meme. Also ich finde es echt lustig, dieses Pio Euros. Also quasi, die haben quasi mein E ausgetauscht für ein Eurozeichen. Für ein Eurozeichen, ja. Und es war dann erst das übelste Meme für ein halbes Jahr, ja, also echt eine lange Zeit. Es ist dann jetzt komplett ausgestorben, aber ich habe es lange nicht mehr gesehen. Das ist so wie alle Sachen in Social Media nach irgendeiner Zeit werden die vergessen. Oder die Leute haben auf einmal Verständnis. Ja, oder so. Ich glaube, wenn man die NA zugeguckt hat und dich da so ein bisschen begleitet hat, würde man auch gemerkt haben, dass du da halt genauso getryhardet hast wie hier. Für dich war halt einfach trotzdem Gewinnen im besten Fall Worlds oder so immer noch ein unfassbar wichtiger Punkt. Und ich glaube, man hat halt spätestens ab zu dem ersten Split gemerkt, dass du da halt nicht drüber bist, nur wegen Geld. Und dann hast du da gechillt, sondern du wolltest halt auch da gewinnen und wolltest dich halt auch da weiterentwickeln, mit deinem Team praktisch weiterkommen. Wie war denn die Zeit in Amerika dann für dich? Weil Spiel-wise, ich finde, das sieht man halt immer, wenn man E-Sport so ein bisschen verfolgt. Man kann so ein bisschen gucken, wie waren deine Erfolge in den Games. Aber wie war es auch auf einmal in Amerika zu leben? Weil das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die für mich interessant wäre. Es ist halt ein komplett anderes Land, komplett anderes Umfeld. E-Sport hatte da auch nochmal ein anderes Standing, weil du hattest schon dieses Franchising von Anfang an. Wie war das da, auf einmal reinzurutschen? Ja, also mein erstes Jahr in Amerika war super krass. Super anders, kultureller Schock so ein bisschen auch. Also ein paar Sachen sind super cool gewesen, ein paar Sachen ein bisschen crazy. Also zum Beispiel war einfach zu der Zeit so der Standard vom E-Sports und wie das anerkannt war, viel, viel höher. Also es war viel, viel anerkannter, viel, viel respektierter und ein sehr angesehener Job sitzt sozusagen. Es gab auch einfach viel besseren Staff, also es gab mehr Coaches, mehr Analysts, es gab Sportpsychologen, Physiotherapeuten. Das gab es alles in Europa zur Zeit noch gar nicht und das war alles so super krass, also quasi der ganze Staff da rum. Mein erstes Jahr war, würde ich sagen, teammäßig nicht so ein Erfolg, individuell schon, weil wir wurden Neunter und Siebter. Also es war einer meiner schlechteren Jahre, würde ich sagen, aber individuell war das, würde ich sagen, schon ein Erfolg, weil obwohl ich Neunter und Siebter wurde, wurde ich als drittbester Mitländer gewartet von den Spielern. Also es war kein Fanvoting oder so, es war wirklich von den Spielern in der Liga. Die Spieler können quasi halt Top 3 voten in der Rolle und quasi drittbester Mitländer gewartet zu werden. Das war schon sehr beeindruckend, wenn du wahrscheinlich auch gerade reinkommst in die Region. Ja, das war schon krass. Das war schon sick. Und hatte dann quasi wieder viele Angebote aus Amerika, ein paar aus Europa und dann habe ich mich quasi entschieden, ey, das lief jetzt so kacke wie, so, nochmals, Round 2 quasi. Und ja, ansonsten, also super cool L.A., immer heißes Wetter. Ein bisschen, also wahrscheinlich der kulturelleste Schock war, dass halt sehr, sehr viele arbeitslos sind. Also wirklich, also speziell in L.A. und im ersten Jahr war ich auch in Santa Monica. Also sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Ansonsten auch quasi, dass die Krankenversicherung, da wird ja quasi nichts übernommen. Wir hatten das dann, das wurde dann alles vom Arbeitgeber übernommen, dass wir das quasi haben. Sowas wie, dass man mal, wenn man sich verletzt, dass man auch zum Krankenhaus gehen kann oder so und da nicht alles übernehmen muss. Was halt auch krass ist. Das, weil du, dort kannst du quasi dich entscheiden, ey, ich zahle gar keine Krankenversicherung. Quasi, ich flipp's komplett. Wirklich, also ich würde so, also als E-Sportler würde ich es so nennen, ich flipp's einfach. Ich hoffe, dass mir nichts passiert. Und dafür spare ich mir keine Ahnung, wie viel Geld im Monat. Und wenn da was passiert, bist du halt im Arsch. Also schon, schon krass. Also ein paar Leute. Dann war auch so, dass L.A. super teuer war. Ja. Also es ist echt wahrscheinlich die teuerste Stadt, in der ich war. Ich war schon in vielen Städten einfach wegen, immer wenn man ins Finale kommt oder quasi die ganzen Offline-Turniere, die waren ja überall auf der Welt, die waren in vielen, vielen Ländern schon und vielen, vielen Großstädten. Und ich glaube, L.A. war so die teuerste von allen. Also es war schon krass. Viele der Leute da machen zwei Zweit- und Drittjobs. Also quasi da irgendwie Uber-Driver, dann noch vielleicht irgendwie im Club abends noch arbeiten. Also das war schon krass. Also normaler Job, dann nur noch kurz Uber-Driver, dann irgendwie Club oder so und dann ins Bett. Was war das für ein Gefühl, das zu sehen, während du selber E-Sportler warst? Was ja auch nochmal so ein Dreamjob ist, was so super privilegiert ist oder einzigartig ist. Also natürlich super, super, ich habe mich natürlich immer super, super glücklich gefunden, dass einfach ich habe das Glück, ich muss nicht meine Wohnung bezahlen. Ich müsste nicht meine Flüge bezahlen. Es wird alles vom Arbeitgeber übernommen. Ja. Und ich kann wirklich mich einfach nur auf quasi meinen Traum fokussieren. Und zwar einfach nur quasi, also das war jedenfalls immer so mein Ziel und mein Traum. Ich will so gut spielen wie möglich. Ich will immer zur Worlds kommen, quasi ins Finale kommen. und das ist quasi mein Ziel. Ich will, ich wollte nie jemand sein, das hört sich mir fies an, ich wollte nie jemand sein, der halt in der unteren Liga rumtigert, so im Sinne von quasi, also jetzt meine ich, wenn so LEC oder LCS quasi so ein Bottom-3-Team ist, das war irgendwie, das wollte ich einfach nicht. Ich finde es einfach, du wirst von der Community geflamed, du wirst von den Casting geflamed, du wirst von den Endless geflamed. Nicht nur das, aber auch einfach, es ist einfach nicht schön. Ich wollte, dass meine Legacy ist quasi, dass ich ein Top-3-Mitlaner bin, dass ich, ja, zu Worlds fahre, wenn ich kann immer und dass ich quasi auch den Worlds und quasi die Region, der ich spiele, dass ich die gut repräsentiere. Das ist ein krasser, krasser Anspruch, weil, wenn du andere Leute fragst, die zum Beispiel, sagen wir mal Leute, die in der Prime League spielen würden, also in einer regionalen Liga, die würden wahrscheinlich sagen, ey, Hauptsache ich komme irgendwie LEC oder so. Und die wären dann halt fein mit einem unteren Team. Aber für dich ist der Anspruch halt, ich will zu der Spitze gehören, so zu den Besten und auf Worlds performen und dahin gehen. Was, glaube ich, auch ein Grund ist, warum du es schaffst und warum du gut bist, weil dieser Ehrgeiz halt so immens ist. Ich glaube, ich hatte halt diesen krassen Start, wo es mit Unicorns of Love so direkt so gut geklappt hatte. Und dann, wenn du oben bist oder oben warst, dann willst du da quasi bleiben und quasi das wieder quasi holen. Du weißt quasi, wie du da hinkommst und du willst dann alles tun, um da wieder hinzukommen. Das sind ja auch Ansprüche an dich selbst. Genau. Du weißt, dass du es eigentlich, dass du das Zeug hast, dass du stark genug bist, also willst du es den Leuten noch zeigen. Genau. Und genau, so dann E-Sports mäßig war es dann so, dass wir, das halt natürlich die Communication zwischen den Spielern super crisper, also das, ich muss sagen, heutzutage auffallen mir die deutschen Wörter nicht mehr ein. Das ist jetzt auch gerade crisp gesagt, weil ich fünf Jahre in Amerika, jetzt muss ich öfter das deutsche Wort googeln und dann ist das Englische, das ist richtig krass. Aber du bist ja jetzt auch viel mit so Hand of Blood und so unterwegs. Das heißt, auch dein deutscher Wortschatz wird sich hart ändern. Ich bin sehr gespannt, wie kommunizieren wir mit dir überhaupt irgendwann sein. Aber ich glaube, die Zeit an sich wird nicht nur dich geprägt haben, was so Wortschatz etc. angeht, sondern halt auch charakterlich. Weil ich erinnere mich, wir haben uns da zwischendrin mal getroffen, warst mal in der Analyseecke zum Beispiel, wenn ich eine Show moderiert habe oder so. Das war immer witzig, war immer sehr funny. Das war immer schön, auch von den Geschichten zu hören, so über den Ey, was da passiert, mit Abseits von den Teams und allem. Aber ich habe auch das Gefühl, du hast zwar diesen Ehrgeiz immer behalten, aber du bist doch bestimmt auch gewachsen, oder? Charakterlich, wenn man das alles sieht, wenn man so viel unterwegs ist, macht ja auch was mit einem. Also ich würde sagen, nach dem, also in meinem ersten Jahr in Amerika, würde ich sagen, habe ich mich als Spieler enorm verbessert. Auch wenn es quasi teammäßig kein großer Erfolg war. Einfach weil, ich würde sagen, bis dahin, war ich meistens so ein Spieler, der gut mechanisch war, auch ein paar Calls gemacht hatte. Aber ich war quasi nie wirklich so der Leader in einem Team. Und in diesem amerikanischen Team, also in meinem ersten amerikanischen Team in Optik, hatte ich so das Gefühl, da war ich mit Abstand der beste Spieler. Und da musste ich quasi wirklich diese Leadership-Rolle übernehmen. Sowohl im Spiel, wie auch abseits vom Spiel war, es natürlich nicht so gut geklappt hat. Wir haben viel verloren. Und da musste ich quasi viel, so ein bisschen Therapeut spielen nach dem Spiel. Quasi sagen, hier, die Leute motivieren, sagen, hier, wir können es noch gönnen, wir können es noch turnarounden. Und so auch quasi ein Leader außerhalb vom Spiel sein. Und da bin ich halt enorm als Spieler gewachsen und konnte das dann für alle Jahre danach mitnehmen und das quasi für die anderen Jahre auch nutzen. Obwohl ich natürlich sagen müsste, man wächst als Spieler und als Person eigentlich jedes Jahr. Aber ich würde sagen, das war eines der krassesten, weil ich da quasi so ein Leader geworden bin. Weil du dich auch außerhalb vom Game weiterentwickelt hast. Genau, das auch. Also nicht nur in Game. Genau. Und dann wollte ich nochmal, um noch zurückzukommen, halt die Leute kommunizieren viel besser in Amerika, weil es natürlich ihre erste Sprache ist, ihre Muttersprache ist. Hier in Europa ist es so, da hast du halt jemanden aus Bulgarien, Ungarn, ich als Deutscher, vielleicht noch einen Spanier. Und für uns alle ist quasi Englisch die zweite Sprache. Ja. Und dann ist es halt so richtig runtergebrochenes Englisch. Englisch und richtig direkt und richtig so brutales Englisch. Und in Amerika ist es halt viel, ja, einfach aufgeschmückter und besser und hübscher und auch, wie das Feedback gemacht wird, einfach direkt, aber halt nett direkt. Proper Englisch. Ja. Und in Europa war das so, da wird auf den Tisch gehauen. Das ist so das Englisch da quasi. Ja, weil es dann auch ein bisschen gebrochen ist. Ja, genau. Ich habe gerade so die Vorstellung, ich weiß, es passt nicht, weil es ist Amerika, aber ich habe gerade die Vorstellung von so, einem Briten, der so richtig gehobenes Englisch spricht, in den Shot Calls einfach so, Oi, let's. Und dann kommt es wirklich so schön ausgesprochen, so ganz beschrieben, wir sollten jetzt in den Busch gehen und wir sollten den Duft des Grün inhalieren und auf die Gegner warten und so. Das wäre schon sehr, sehr funny, wenn das so laufen würde. Aber es sind trotzdem Shot Calls. Naja. Trotzdem, Sache, wo du dich weiterentwickelt hast auf jeden Fall und ein weiterer Step bei dir, wo du, glaube ich, auch gemerkt hast, außerhalb von Leak kann man sich weiterentwickeln. Und du hast den Leuten so ein bisschen gesagt, du hast ihnen beigestanden, wir können es trotzdem gewinnen, vielleicht auch gesagt, was man ein bisschen mehr machen soll, ein bisschen weniger machen soll. Und damit kommen wir zu. Machen Sie das, lassen Sie das. In einem kleinen Format oder Part im Podcast, wo ich dir einfach so Leute sage, die irgendwas machen. Du sagst mir, was die mehr und weniger machen sollen. Du bist ja jetzt mittlerweile auch selber Streamer. Ja, genau. Was sollten Streamer mehr machen und weniger machen? Ja, einfach quasi dieses Tilting und dieses quasi, oh, meine Tüme sind so schlecht. Und ich bin so viel besser als die. Und die grüfen mich. Ich weiß nicht, das ist so, ich kann es verstehen, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Also jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich habe auch mal einen schlechten Tag. Aber es gibt halt auch Streamer, die machen das quasi nonstop, 24x7. Und es ist dann halt so für die Leute, die sich das anschauen, die denken dann, alter, lustig, cool. Mach ich auch. Mach ich jetzt auch in meinen Games. Und dann erwischst du vielleicht den neuen Spieler, der League of Legends jetzt gerade zum ersten Mal spielt und der wird dann erst weggebeleidigt. Ja. Ist halt einfach nicht schön. Safe. Deswegen, ich weiß halt auch nicht genau, warum man das machen muss. Also, ja. Ich glaube, Beispiel, also diese Vorbildfunktion ist eine große Rolle. Weil du siehst es und dann machst du es. So, aber da ist dein Herangehensweise komplett richtig zu sagen, ey, mach es weniger, weil dann sind vielleicht alle ein bisschen cooler miteinander so. Dann hast du vielleicht ein bisschen entspannter. Finde ich sehr, sehr gut. Du bist mittlerweile auch viel mit Eintracht unterwegs, auch mit Kars etc. Was sollte Eintracht denn mehr machen? Was sollte Eintracht weniger machen? Oh, shit. Eintracht. Ja, also ich habe da die Games gekastet, seitdem ich da bin. Da kriegen die ein bisschen Playoffs auf den Sack. Die sind jetzt irgendwie 0, 9 und 1, 9 oder so. Also schon hart auf den Kopf bekommen. Die sollten auf jeden Fall weniger in der Playoffs auf den Sack bekommen. Also das sollten sie wirklich tun. Und ja, ich glaube, sie sollten mehr trainieren und versuchen, also mehr trainieren, bessere Drafts. Und es ist immer so schwierig, in einem Satz zu sagen, so dieses 120% geben, ganz am Ende. Ich habe so das Gefühl, die haben immer, also so die normale Kurve, auch so bei meinen neun Jahren war meistens so, du startest hier unten vom Skill-Level, gehst du langsam hoch und dann bei den Playoffs bist du hier und dann willst du nochmal extra 20, 30% geben. Und ich habe so das Gefühl, ein entspannter aus quasi so, irgendwie insane, also insane hier. Dann geht es erstmal, keine Verbesserung, aber das reicht halt, weil die trotzdem im ersten, also oben sind. Und dann ganz am Ende vor den Playoffs geht es so runter. So eine Klippe springen die runter alle. Und dann, ja, deswegen, die müssten halt mal diesen normalen, den Standard. Weniger Klippen springen. Weniger Klippen springen und mehr so langsam im Hügel klimmen. Finde ich sehr gut. Ist eine gute Metapher. Ja, weil das, andersrum geht es irgendwie nicht. Also was die da machen, ich weiß es nicht. Du hast ja dieses Jahr auch mit Max, also mit Hanno, versucht Challenger zu klammen. Ja. Was sollte der denn weniger und was sollte der mehr machen? Oh mein Gott. Das hier sind, was sollte der weniger machen? Kannst du auch rumjouren. Ja, nee, ich bin am überlegen. Ist ein bisschen fies. Weniger Master Yi. Ich sag's jetzt ist. Okay, ich hoffe, Max hat das nicht gehört. Oh shit, jetzt hab ich Angst. Ist nichts, wenn ich ins Office gehe, hab ich Angst. Nee, ähm. Einfach Master Yi ist einfach Neuses Chat. Was soll der mehr machen? Was soll der mehr machen? Er sollte mehr. Musst ja auch ein positives Beispiel. Genau. Mehr so, mehr Tank Engager spielen. See, Giovanni und Momo, die haben reingeklatscht. Die klatschen rein. Damit hätte er vielleicht sogar gewonnen. Vielleicht wäre er dein Challenger. Wir wissen es nicht. Na, mal gucken. Ich bin gespannt, ob das nächstes Jahr wieder ein Projekt wird. Mal schauen. Mal schauen, ja. Aber ich würde sagen, wir nehmen noch eine Gruppe an Leuten. Okay. Und zwar Tankstellenverkäufer. Tankstellenverkäufer. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber mein Bild ist gerade so einfach so eine Tankstelle und die Person, die da, wo du bezahlen musst. Was sollten die machen? Du fährst nicht mal Auto, ne? Ich hab einen Führerschein. Oh. Ich hab einen Führerschein. Ja. Ich fahr super seltener Auto. Ich hab keine Ahnung. Was machen denn Tankstellenverkäufer? Ich frag mich das Gleiche. Was würdest du dann sagen? Sag dir mal zuerst. Instituier mich. Okay, okay. Tankstellenverkäufer. Die sollten ein größeres Angebot haben. Ich finde, da gibt's viel zu wenig so... Jetzt von Benzin oder von In-Dem-Shop? Ja, mehr Benzin-Arten, klar. Es ergibt gar keinen Sinn, Tristan. Es gibt nicht mehr Autos. Nein, so... Vielleicht so auch mal Riot-Points anbieten. Weißt du, es gibt immer so diese... Gibt's die nicht, diese Karten? Nicht Riot-Points. Gibt immer so richtig unnütze Sachen. Die könnten da mal ein paar Riot-Points hinhängen. Und was die weniger machen sollten, ist, mich judgend angucken. Wenn ich da so hingehe, ich erinnere mich noch früher, wo ich immer so Pay-Safe-Karten gekauft habe. Dann war ich so in meiner Jogginghose da und wollte einfach nur Riot-Points aufladen. Und dann haben die mich immer so angeguckt, hey, du tankst dir kein Benzin? Ich so, ja, ich will einfach mein Geld ausgeben für League of Legends. Stimmt. Siehst du so? Das habe ich auch noch in der Schulzeit... Ich hatte in der Schulzeit mir auch so eine Pay-Safe-Karte gekauft und da wurdest du echt immer richtig verurteilt, angeschaut. Was machst du hier? Du Bänge. So da, du Bänge. Und dann, stimm ich. Ja, kauf mal lieber ein paar Zigaretten. 16. True. Ja, Tankstellenverkäufer waren kein gutes Beispiel. Das war schon sehr schwierig. Aber egal. Ich fand deine gut. Wie soll das mit der Pay-Safe-Karte, also das mit dem weniger tun? Und mehr, weiß ich ja, ich sag nicht, also da, was meinst du denn mal mehr? Mehr, größere Auswahl. Größere Auswahl, größere Auswahl. Ich hätte dich auch einfach fragen können, was so Riot mehr machen. Ich glaube, das ist ja viel naheliegender gewesen. Was so Riot mehr machen. Also, das ist easy. Ja. Weniger Jungler-Buffen. Jungler ist OP. Jungler ist OP und die sollen auch immer zu buffen. Ich weiß noch zu den Zeiten, wo Jungle drei Level unter der Midlaner waren. Heutzutage wo Solo killen die dich. Deswegen weniger Jungler-Buffen. Und mehr, ich glaube, mehr sollten sie die Patch Notes, also diese Pre-Patch Notes offenlegen. Irgendwie gefühlt, wenn du diese Pre-Patch Notes lesen willst, dann musst du 20 Riotern auf Twitter folgen und immer einer von den 20 postet das. Also, das ist irgendwie verwirrend. Die können doch einfach auf der Main-Webseite das einfach mal announcen, was sind die geplanten Patch Notes. Dann kannst du nicht auch Spieler oder ihr da draußen nämlich quasi überlegen, okay, den Champion kann ich jetzt üben, weil der nächste Patch richtig OP. Das ist tatsächlich eine gute Idee, dass man sich so ein bisschen vorbereiten kann. Ja, das ist so ein bisschen, du kannst dir halt anschauen, wenn du weißt, okay, du bist jetzt, sagen wir, Seraph Main und du siehst dann den Seraph-Buff mit der Ultimate. Oha, supergeil. Freust dich drauf, trainierst dich nochmal ein bisschen oder andersrum. Wird genervt. Oh shit, ich muss einen neuen Champion. Das stimmt, das stimmt. Wobei Riot wahrscheinlich einfach dir erst Bescheid sagen möchte, wenn die Sachen schon feststehen und sie nicht erst noch im Gespräch sind oder so. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Cool, das ist, machen sie das, lassen sie das gewesen. Kommen wir wieder zu dir. Weil wir haben sehr viel über E-Sport geredet und du warst da in Amerika, hast bei Optik viel gemacht und hast auch da einige Teams natürlich durchgehabt und dich entwickelt. und bist dann wieder irgendwann zurück nach Deutschland gekommen, nach Europa gekommen und bist jetzt eigentlich Streamer. Hauptsächlich Content Creator, spielst zwar immer noch und hilfst da so Max zum Beispiel bei seinem Projekt. Aber was war da der Punkt? Weil du hast ja sehr häufig darüber geredet, du willst Top 3 mit Lens ein. Du hast sehr hohe Ansprüche gehabt. Was war dann der Grund zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht erst mal da ein Streamer zu sein und komme vielleicht später wieder oder so? Also ich habe, wie wir schon darüber besprochen haben, in meiner Karriere halt oftmals war ich der Underdog. Ich hätte, würde ich sagen, nicht so wie andere Spieler, also ich hatte sehr, sehr viel Glück auch in meiner Karriere. Das muss man einfach haben, das gehört immer dazu. Und ich würde sagen, das Glück, was wir so ein bisschen, was ich nicht so hatte, war zum Beispiel in so einem Top 2 oder Top 3 Team zu kommen und dort dann lange zu sticken, auch mit den Teammates, die ich hatte. Deswegen, ich war meistens eher so jemand, der geht in ein Middle-Pack-Team, also in so ein mittelstarkes Team oder ein eher unteres Team und macht das dann zu einem Playoffs-Team oder zu einem quasi Finals-Team. Das war eher so, irgendwie so, ich weiß nicht, das war irgendwie so, schon fast so jemand Trend. Ich bin, in den meisten Teams, wo ich drin war, wenn ich so durchgehen würde quasi, Unicorns of Love war eigentlich so eins. Dann, Origen war, da hatte ich die Chance, das ging dann aber in die Hose. Also es war so mittelerfolgreich, aber es hat dann nicht geklappt. Dann, Misfits war auch angesehen, das wissen viele Leute nicht, die Analysts und die Leute haben gesagt, das ist nicht mal Playoffs-Team. Und die Leute haben auch mich und den Jungler geflamed, dass wir überhaupt in das Team reinkommen. Weil ich kam aus Origins, war ja nicht so erfolgreich und da waren so, hey, was macht Pauf Evil hier? Der gehört da nicht hin, der sollte hier nicht spielen. Und der Jungler war Kakao zu der Zeit und ich meine so, warum spiele ich Kakao und Pauf Evil hier? Und gefühlt so einen Monat später war so, Kakao und Pauf Evil, das ist wie der Phönix, der aus der Asche hervorsteigt und auf einmal Misfits insane und alle feiern Misfits. Und dann quasi genau dann Optik, Optik lief da nicht so gut in Amerika. Dann CLG wieder, hat richtig gut geklappt, wurde ein dritter Platz und die waren, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre nur im Siebter geworden. Dann Flycross hat insanely gut geklappt, da waren wir Doppelfinale und Worlds. Und das war auch wieder so ein Team, wo die Leute gesagt haben, die werden nicht mal Playoffs erreichen. Deswegen, oftmals schauen halt die Leute nur auf das Roster und die wissen halt nicht genauso, wie auch die Spieler interagieren. Und für mich war es immer wichtig, es war ein riesiger Punkt für mich als Spieler, zu wissen, okay, mit wem spiele ich? Oftmals hast du die Entscheidung als Spieler, signe ich als Erster und krieg ein bisschen mehr Geld, weil du quasi, du nimmst das Risiko, dass du nicht deine Teammates kennst oder wartest du, bis du quasi weißt, okay, wer hat da gesigned? Oder quasi, du weißt so zwei, drei quasi Schlüsselpositionen und dann gehst du vielleicht mit einem Kollegen dahin. Komme ich mit denen klar. Genau, und dann komme ich mit denen klar, habe ich Synergy mit denen und dann vielleicht kannst du noch mit einem Schlüssel, mit einem Freund oder so hingehen. Zum Beispiel war das bei FlyQuest der Fall. Da wusste ich, okay, der Jungler, der wollte schon in den letzten ein, zwei Jahren mit mir spielen, hat mich immer angefangen, warum willst du zusammen spielen, warum willst du zusammen spielen? Und ich hatte meistens halt bessere Angebote, andere Angebote. Und das Jahr wusste ich, dass Igna zu dem Team geht, wo auch der Jungler war. Und da wusste ich quasi, der Jungler wird mir spielen, der Supporter wird mir spielen, die sind beide saugute Spieler. Da dachte ich so, okay, Alter, das ist insane, da gehe ich hin. Da gehe ich hin und wir haben alles aufgeräumt. Und das war sogar auch das Team, wo die Leute gesagt haben, ey, die sind nicht mal Playoffs. Das ist auch eine Sache, die man so von außen, glaube ich, nicht sieht oder wie wichtig dieser Teamfaktor ist. Mit wem klickt man, wem nicht. Das macht so einen riesen Unterschied teilweise. Das ist crazy. Genau, und dann war TSM wahrscheinlich so das zweite große Top-Team, wo ich reinjoin konnte. Da waren wir auch in der regulären Saison Erster geworden. Aber da haben wir, so wie die Eintracht, wirklich, war genau eins zu eins wie die Eintracht, super krass gestartet, alles aufgeräumt und dann den Playoffs verkackt. Und das lief dann, war nicht so cool. Ja. Und Immortals war dann mein letztes Pro-Player-Jahr, also das letzte Jahr. Und da lief so, ich glaube, siebter und siebter oder siebter-achter, ich weiß nicht mehr genau. Also auch eher nicht so erfolgreich. Und dann habe ich mir halt gesagt, ich hatte dann wieder Angebote gehabt, eins, zwei aus Amerika, eins, zwei aus Europa. Aber es waren halt wieder keine Top-Teams und es waren eher sogar, anstatt Mittelpack-Teams, eher Bottom-Teams. Und dann habe ich mir halt gesagt, ich habe jetzt neun Jahre lang Bottom-Teams versucht, hochzuholen. Und manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Also es ist nicht quasi, ey, du spielst mit den Spielern und das klappt jedes Mal, du kannst auch mit guten Spielern spielen, wie gesagt, und es kann nicht klappen. Und für mich war einfach so, noch ein Jahr zu spielen, wieder diesen, wieder diesen ganzen Struggle durchzugehen. Weil wenn du auch mit, wenn du so ein Middle-Pack-Team oder Bottom-Pack-Team joinst, das wissen halt viele, wie auch nicht. Für mich als Spieler seit acht, neun Jahren, ich habe so viel Erfahrung, ich habe so viel Spielwissen und so viel Erfahrung, dass ich auch schon fast so ein bisschen wie ein Coach bin für diese Spieler und so ein bisschen dann die Spieler noch zusätzlich coache zu dem Coach und quasi sage, hier, das ist ein Mehrberuf, was wir machen müssen, hier, das und das und das, das. Das ist halt auch alles sehr, sehr anstrengend und auch extra quasi Kraft und so. Und da dachte ich mir so, ob ich das jetzt nochmal mache und nochmal Lust habe darauf, eher nicht, eher nicht. Erstmal lieber eine Pause machen und dann eventuell nächstes Jahr nochmal, weil, wie gesagt, die Angebote nicht so krass waren und auch einfach, wenn ich halt jetzt überlege, dieses Jahr als erstes Mal Content-Creation und Streamer, ich habe das immer so als Zweitberuf gemacht, und das war jetzt das erste Jahr seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren, wo ich bei meinem Bruder beim Geburtstag war. Das ist halt krass, wenn du halt überlegst, ich konnte einfach von meinem Bruder zum Geburtstag gehen. Normalerweise ist es mitten in der Saison und ich bin in L.A. und da kann ich nicht einfach kurz rüberfliegen in der Spiele, meine Organisation wird mir die Hände abhacken, wenn ich da sagen würde, ich fliege kurz zurück. Deswegen, einfach krass, dass ich halt einfach quasi sage, oder ich wurde dann gefragt, wann willst du Urlaub nehmen? Ja. Kein Spaß, es war das erste Jahr, also seitdem ich arbeite, seit neun Jahren, ich frage, wann willst du Urlaub nehmen? Und ich so, hä? Ich habe Urlaub, wenn die Saison vorbei ist. Das ist so ein Ding, was man glaube ich auch von außen nicht sieht, weil es war bei uns als Broadcaster ja auch so, League of Legends fängt irgendwann Mitte Januar an und endet irgendwann so November und dann kamen vielleicht sogar noch Allstars oder was auch immer. Und in der Zeit hast du halt permanent League, du kannst ja keine richtige Pause machen. Als Profispieler ist das ja noch mal krasser als einfach als Broadcast-Person so, du musst ja trainieren, du musst ja permanent performen, du hast ja permanent, außer du fliegst aus Playoffs früh raus oder so und dann hast du halt mal ein Päuschen. Aber ansonsten hast du halt immer was zu tun und also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann der Punkt auch erreicht ist, wo du sagst, boah, ich bin jetzt älter, auch wenn du noch nicht so alt bist, wir sind beide noch ziemlich jung, aber wo du einfach sagst, okay, ich brauche vielleicht auch mal ein Privatleben. Oder die Sache, immer Spielern was beibringen zu müssen und halt zu spielen die ganze Zeit und so ist irgendwann einfach sehr viel und so ein bisschen Ausgleich zu haben, dann noch zu sagen, ich mache mal ein Jahr entspannter, gehe mal ein bisschen aufs Stream oder so, das ist dann vielleicht auch ein bisschen gesünder. Du weißt es nicht? Ja, also ich weiß nicht genau, im Endeffekt ist man am Machen halt immer schlauer und für mich war das halt auch so, ich weiß, dass ich auf jeden Fall nach meiner Pro-Karriere halt quasi Streaming-Content-Creator eigentlich werden wollen würde. Das war immer schon der Plan und es macht mir super viel Spaß und war immer quasi wie so mein Zweitberuf, während ich Pro-Player, genau, ich habe immer so ein bisschen gestreamt während meiner Pro-Player-Zeit, auch immer ein bisschen Content gemacht und deswegen, genau, wollte ich das auch einfach jetzt mal ausprobieren, weil ich dachte mir auch so, was, wenn ich das mache, und dann denke ich so, Leute, das ist ja übelst scheiße. Das ist ja übelst... Das kann passieren. Genau, das ist irgendwie so, oh, das ist gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen, momentan gefällt es mir sehr, sehr gut und es wird eine schwierige Entscheidung, es wird eine schwierige Entscheidung, aber es ist halt beides hat seine Pro-Player-Zeit, das hat seine Pro-Cons. Und ich muss auch sagen, noch mal zu Worlds gehen, wäre schon echt cool. Es ist sauschwierig, also wie seit neun Jahren habe ich es nur zweimal geschafft, aber du spielst halt als Pro-Player für diese, also für Worlds, du spielst für diese Offline-Stadien, wo du im Finale stehst vor 20.000, 30.000 Menschen und da dann, keine Ahnung, einen Outplay machst und alle feiern das. Das ist halt wirklich, dafür spielst du halt Pro-Player. Und deswegen meine ich auch zuvor, du willst halt in den Top 3 sein, weil wenn du jetzt in der LEC spielst und du bist in der Bottom 3, dann spielst du die reguläre Saison und dann ist Pause. Spielst du die reguläre Saison und dann ist Pause. Du hast nicht mal Playoffs. Aber wenn du quasi in den Top 3 bist, dann hast du noch die Playoffs, dann hast du noch das Stadion, die ganzen Stadien, in denen du spielst und das sind einfach so diese Momente. Für mich als Pro-Player, das sind die Erfahrungen, für die ich, das ganze Jahr lang hinarbeite. Worlds ist für mich, ich arbeite 8, 9 Monate lang, 10, 12 Stunden, 14 Stunden am Tag League of Legends, lebe quasi League of Legends, um dann da zu spielen vor allen Leuten und quasi da die asadischen Teams aufzurangen. Nein, Schaß. Würde ich in der Zukunft gerne noch wissen. Hoffentlich. Bin ich ehrlich. Um da quasi dann, ja, quasi zu performen und auch eine gute Leistung zu bringen. Und deswegen, das ist dann halt so das Ziel als Pro-Player. Und ich wollte halt nie als Pro-Player da halt irgendwie nur mitspielen. Das war irgendwie nie so das Ziel für mich. Deswegen hatte ich halt quasi auch gesagt, ey, das ist ja sowohl Team-mäßig, quasi so Roster-mäßig, wie auch quasi so das Potenzial habe ich nicht gesehen. Hört sich fies an, aber dachte mir dann so, okay, nee, vielleicht nächstes Jahr habe ich bessere Angebote, sowohl vom Roster her, wie auch vielleicht finanziell. Und dann dachte ich mir, okay, dann warte ich, mache ich eine Pause, bleib aber in shape. Deswegen, das ist auch wichtig, deswegen streame ich auch viel Leak, zocke immer noch viel Leak, weil das natürlich super wichtig ist. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache das ganze Jahr Pause, ja, niemals, niemals wirst du da wieder genommen. Ich glaube auch, nach einem Monat oder zwei Monat Pause ist der Wiedereinstieg super schwer. Du musst eigentlich immer noch, obwohl ich ja jetzt Streamer und Content Creator bin, on top bleiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du wirklich diesen Step zurück machen willst. Weil, also ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwo belastend ist, vielleicht der Gedanke, wenn du einmal raus bist, dann suchen sich die Teams halt im Zweifel zuerst mal neue Spieler, neue Midlaner. Und irgendjemand rutscht ja auch bei dir nach. Das ist halt schon ein Risiko, dann wieder reinkommen zu wollen. Wenn du da nicht überzeugst, nicht performst und die Leute sehen, okay, du hast, boah, er hat jetzt ein Jahr gestreamt. Vielleicht stimmt auch einfach das Mindset nicht mehr oder so. Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger zurückzukommen, als wenn du einfach drin geblieben wärst, umso krasser ist natürlich der Step und auch die Erfahrung machen zu wollen, sodass du gesagt hast, ich sehe jetzt erst mal mich als Streamer und würde es probieren. Ist halt die Frage, wie sich das entwickelt. Weil, also hast du das Gefühl, jetzt gerade in diesem Moment, dass du auf dem kompetitiven Niveau noch mithalten könntest, wo du vorher warst? Oder müsstest du da erst mal wieder Arbeit reinstecken, um dieses gleiche Niveau zu erreichen? Also ich hatte jetzt sogar schon, ich glaube, ich weiß nicht noch, ob es nach dem Spring oder nach dem Winter Split war, von der LEC Angebote bekommen. Aber ich hatte mich ja quasi entschieden, ein ganzes Jahr auszusetzen. Ja. Deswegen habe ich dann da die Angebote abgelehnt gehabt. Deswegen competitive da noch mitzuhalten, auf jeden Fall würde ich sagen. Es wird natürlich trotzdem wieder ein neuer Einstieg, weil du musst wieder in die Scrims reinkommen, du musst wieder gegen die Top, Top, Top Spieler spielen. Weil Solo-Cue, du spielst natürlich auch gegen die Höchsten, na, Solo-Cue. Klar. Aber ich würde sagen halt, als Beispiel, ein Caps ist besser als, keine Ahnung, Rang 100 Challenger Midlaner. Ja. Das ist einfach ein anderes Level. Ja. Und wenn du halt dann technisch gegen diese Midlaner-Scrims verbesserst, du dich viel mehr und viel schneller als, wenn du Solo-Cue spielst. Aber ich glaube, dass dieser Wiedereinstieg möglich ist. Und ich glaube auch, dass ich da jetzt nicht so Angst vor habe. Einfach weil, wie gesagt, ich glaube, diese Erfahrung ist wirklich das krasseste. Und ich glaube, als Midlaner und als Supporter, vielleicht Jungle auch noch, sind so die Rollen, wo du Spielwissen am meisten brauchst. Denn als Midlaner geht es so viel darum, die Matchups zu kennen. Zu wissen, okay, wann kann ich mich wohin bewegen? Wo muss ich warden? Wie kann ich die Teamfight spielen? Mit welcher Comp? Was will ich überhaupt spielen? Was sind, was kann ich callen? Was kann ich nicht callen? Und ich glaube, neun Jahre, es hört sich darauf an, aber neun Jahre quasi Kommunikationsskills, quasi wie man Shot called und wie man Teamfight und alles. Wird meiner Meinung nach immer besser sein als neuer Spieler, jetzt quasi neues Talent, was reinkommt. Was mechanisch gut ist, aber die Erfahrung nicht. Genau, der hat dann, sagen wir, jetzt kommt ein 17-jähriges neues Talent, Midlaner, insanely mechanically. Ich glaube, wenn ich gegen, also wirklich sagen wir, der ist insane mechanically. Ich glaube, wenn wir spielen würden Syndra-Oriana-Matchup, dass ich das, glaube ich, neun Jahre von zehn Mal gewinnen würde. Einfach nur, weil das Spielwissen in dem Matchup wichtiger ist als die Mechanics. Wenn es jetzt so was wäre, wie Ireda, Kali, wie der mich wahrscheinlich auch. Weil es einfach, da geht es 90 Prozent einfach nur um die Mechanics, um die Plays, um genau alles zu treffen, super schnell. Und aber, meistens sind es Midlan, ja, es gibt diese Assassin-Meter, aber nicht so oft. Und meistens gibt es halt eher so dieses Roaming, Mages, Poke, Assassins eher, also gibt es, aber eher selten. Und ich glaube halt, wie gesagt, auch bei Assassins ist es so, da ist auch noch Spielwissen wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Also da gibt es auch so verschiedene Tricks, wie du quasi genau die Wave vor deinem Turm hältst und etc. Und ich hatte halt das Glück, auch in meinen Jahren, ich habe quasi unter so viel Midlane-Legenden gespielt, ich hatte X-Packi kurz als Coach. Der hatte, der hatte auch mir drei, vier Jahre Midlane-Wissen einfach quasi einverleibt. Dann hatte ich Björksson als Coach in TCM. Ich hatte Alex Itch kurz als Coach. Das heißt, ich hatte quasi so gefühlt, also EU-LCS-Legenden und auch NALCS-Quasi-Midlane-Legenden, die mir auch nochmal richtig viel quasi Midländer-Wissen beigebracht haben und auch so ein paar Tricks, wo ich mir dachte, oha, da habe ich niemals drüber nachgedacht. Um mal ein Beispiel zu nennen, früher war, konntest du, ich glaube, bis zu neun Heal Potions dich kaufen. Ja. Und ich habe gespielt gegen X-Packi und da war genau der Gegenteil. Da war ich das neue Talent, ich kam aus Unicorns Olaf, ich habe null Merkur-Verständnis, null Spielwissen, null Mechanics und er hat quasi das Spielwissen. Und ich spiele gegen ihn und er kommt aus der Base mit neun Heal Potions oder mit fünf, sechs, sieben Heal Potions. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Mit sehr viel, ja. Und ich habe einen, weil ich gierig bin. Ja. Ich gehe 250 Gold dafür. Und auf einmal hat er, und er nimmt die Trades richtig schlecht, aber er hat so viele Heal Potions, dass er die ganze Zeit dir einen Push hat. Er hat einen Push und einen Push und einen Push und einen Push und ich bin ganz unterm Turm. Und obwohl ich quasi einen Outplay in den Trades, bin ich unterm Turm, unterm Turm, unterm Turm. Und dann hat er mir quasi gesagt, hier, ja, du hast viel besser gespielt, nicht? Aber das kommt ja irrelevant. Das kommt ja irrelevant, weil ich habe, mein Team hat von Minute drei bis Minute zehn die Midland-Kontrolle und den Midland-Push und du bist nur unter dem Turm und du machst nichts für dein Team. Und ich dachte mir so, Alter, holy shit, das ist true. Ich bin 30 CS ab, aber es ist total egal und er hat vielleicht, ist so vielleicht ein ganzes Item down, weil er so viele Heal Potions gekauft hat. Aber fürs Teamplay, fürs Team quasi Win, für den Team Win, war es einfach viel besser. Das sind nochmal ganz andere Perspektiven. Ja, das war komplett krass. Ich dachte so, oha, was zur Hölle geht hier ab? Und ich war geschockt, ich war geschockt. Kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja auch gut, wenn du dann von solchen Leuten lernen kannst. Weil die Sachen mitzunehmen, die machen dann den Unterschied und die geben dir neue Perspektiven auf das Game. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Leute sagen ja immer, irgendwann ist man zu alt für E-Sport, irgendwann sind die Reflexe langsamer. Das, was dir an Reflexen irgendwann fehlt, machst du halt an diesem insane Maß an Erfahrung wieder wett. Weil wenn jemand kommt, der Mechanic, die dann vielleicht besser ist als du, weil er noch jünger ist oder mechanisch einfach stärker ist auf dem Champion, der hat dann eben genau nicht diese Erfahrung, wie du im Team zu spielen hast, um halt das Game auch wirklich zu gewinnen. Weil damals, aus Season 3, konntest du als Midlaner allein das Game vielleicht carryen. Mittlerweile ist es ein Teamgame. Du musst zusammen gewinnen. Gut, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ein Botlane-Dive das Game schon entscheiden kann. Auch nochmal eine Änderung, die über die letzten Jahre so ein bisschen gekommen ist. Aber ich finde, das ist eine Sache, die halt super wichtig ist und die dann halt auch dazu führt, dass du wahrscheinlich immer noch Pro spielen kannst. Einfach, weil du natürlich auch das Mindset dafür hast. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die so für mich ein bisschen rübergekommen ist in diesem ganzen Talk. Du bist so motiviert, was das angeht. So und so auch dieses Ziel, so ich will halt Top-Team spielen. Ich habe mittlerweile Erfahrung. Ich möchte wieder, wenn dann halt an die Spitze. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Eigenschaft, um das wieder hinzukriegen. Und das ist wahrscheinlich auch in der Vergangenheit einer der Gründe gewesen, warum du aus dieser Underdog-Position es halt geschafft hast, immer wieder nach oben zu kommen. Weil dieses Mindset halt da ist. Und das ist eine richtig gute Eigenschaft, glaube ich. Sowohl für Profi-Spieler sein, aber auch einfach generell, um zu improve und auch zum Beispiel als Streamer erfolgreich zu werden. Du brauchst so dieses Mindset mit den 120 Prozent. Ich glaube, das hast du. Ich glaube, das ist sehr gut. Das ist interessant zu hören. Und ich glaube auch, also ich bin persönlich sehr gespannt zu sehen, was du jetzt machst am Jahresende. Weil so lange ist nicht mehr, bis das Jahr rum ist. Ja, das stimmt. Und irgendwann musst du dich halt entscheiden. Hast du schon so eine Tendenz oder ein Gefühl, wo es hingeht, was du eher machen würdest? Ehrlich gesagt bin ich noch, wenn du jetzt mich fragen würdest, wenn ich jetzt nicht entscheiden müsste, bin ich echt unentschlossen. Also ich würde mir wahrscheinlich die Angebote anhören. Einfach quasi, ich würde mir die Angebote anhören, schauen quasi, wie gut sind die Roster, wie gut ist quasi das Potenzial. Und dann quasi das halt versuchen, wirklich mit so einer Pro und Contra, das dem ja jetzt versuchen, abzuwägen quasi. Macht es doch eher Sinn, weiter Content Creation, Streamer oder nochmal der Return? Weil man darf auch nicht vergessen, Pro Player, wie du schon gesagt hast, eigentlich, meiner Meinung nach, gibt es da kein so krasses Alterslimit. Ich denke mal so, es gibt zum Beispiel bei CSGO, da gibt es Profis, die sind 35, 36, die sind immer noch richtig gut. Und bei League ist es halt nicht so krass. Da ist meistens, würde ich sagen, 28, 29, so die Grenze momentan, wenn überhaupt. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass du bei League viel mehr spammen musst. Also du musst halt das ganze Jahr lang durchspielen. Und da verändert sich ja quasi jede Woche der Patch, jede Woche verändert sich das Spiel. Und bei CSGO nicht so krass. Da sind die Maps meistens die gleichen und die Waffen sind die gleichen. Und deswegen ist halt, glaube ich, bei League so der Fall, dass du irgendwann sagst, ey, keine Lust mehr darauf. Keine Lust mehr darauf, die ganzen Tag League zu spielen. Aber die ist bei dir noch da? Bei mir ist momentan noch die da. Also deswegen, bei mir ist die noch da. Deswegen muss ich abwägen. Aber ich weiß halt, es ist halt auch immer so schwierig, weil es halt auch ein Flip ist. Wenn ich weiß, okay, das nächste Jahr ist Worlds, würde ich sagen, Alter, easy, mache ich direkt. Aber wenn ich weiß, okay, nächstes Jahr würde dann, so vielleicht wie mein letztes Jahr, so, man guckt so um die unteren drei rum und es ist so ein übelster Struggle, man schafft es nicht ganz oder es wird super knapp, man schafft es gerade so nicht, dann würde ich halt sagen, boah, das Jahr war schon, jetzt nicht verschwendet, aber es war halt schon unschön, weil, wie gesagt, du spielst halt als Spieler für dieses Stadion und für Worlds, finde ich, und für quasi dieses Prestige, den Pokal zu halten, etc. weil ich hatte, ich hatte schon ein paar Turniere gewonnen, ich war jetzt auch schon zwei Mal auf Worlds, aber von meinen, soll ich nichts Falsches sagen, ich war im Finale, Unicorns of Love, Origin, Misfits, zweimal Flagel, von meinem fünfmal Finale, oder fünfmal, als ich im Finale war, habe ich fünfmal verloren. Ja. Und das tut natürlich auch noch ein bisschen weh. Klar. Und es wäre halt echt cool, nochmal so einen Pokal zu halten, was du in der Hand, weil, ich glaube, ich habe von diesen fünfmal, dreimal 2-3 verloren und wenn du dann da bist, im Stadion, so close. und du kriegst das Konfetti ins Gesicht und du hast gerade im Game 5 am besten noch so vierzigste, fünfzigste Minute, so ein übelstes, closest Game verloren, das tut richtig weh. Deswegen, wenn ich halt wissen würde, okay, das wird ein ultrageiles Jahr, probably, easy, aber meistens halt nicht immer, deswegen muss man halt abwägen und überlegen, lohnt sich das? Macht man nicht lieber einfach streamen Content Creator, weil das macht auch Spaß? Ich finde auch cool, dass du quasi so close bist mit den Fans und, also es macht echt Spaß, auch so einfach Twitch chat, wie bist du der Troll? Twitch chat ist crazy und das macht auch mega Spaß, auch Content, also ich cut ja auch meine eigenen Videos und auch wenn es manchmal echt anstrengend ist, finde ich es auch, also es macht Spaß. Ja, es macht Spaß und ich finde es irgendwie auch irgendwie doof, wenn ich es so sage, aber ich lache über meine eigenen Videos. Ich lache selber das ist richtig gut, das ist richtig gut. Ja, genau, deswegen, das ist mega hilarious und auch einfach mit anderen Content Creator auch Sachen, so als Collab, bei Leak bist du meistens so in deinem eigenen Bubble, muss man auch sagen, du bist quasi in deinem Team, in deiner Team Bubble und jetzt als Streamer ist es so, ich kann mit Content Creatern überall verschiedene Games spielen, mich mit denen treffen, also du hast, es hat viele, viele auch, du hast viele, viele so einfach so bessere soziale Aspekte als Streamer Content Creator, deswegen, deswegen sage ich, es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Was würdest du tun, wenn du entscheiden kannst, Pro Player ein Jahr oder sagen wir, mehrere Jahre oder Streamer? Also ich bin ganz ehrlich, sagen wir mal, ich hätte den Skill dafür. Ja, sagen wir mal, du hast den Skill, du kannst Pro Player werden und auch guter Skill. Dann, ich würde safe Pro Player Jahre mitnehmen und wenn ich die Chance hätte auf Finale, auf World, safe, safe, natürlich, so, aber wenn, wenn es so generell ist, wenn es auch darum geht, dass es ein bisschen entspannter ist, weil ich bin auch jemand, ich brauche so soziale Kontakte mit Menschen und das enjoy ich am Stream so sehr, weil das kann ich ja hier jetzt gerade auch machen, ich lade mir den Podcast-Leute ein, die ich cool finde und dann kann man einfach ein bisschen quatschen, weißt du, das enjoy ich. Ich glaube, ich würde es genau machen wie du. Wenn ich die Chance hätte auf so Finale und ich würde es nochmal riechen, ich hätte den Podcast, ich wüsste, ich könnte ihn vielleicht in der Hand halten, würde ich das mitnehmen. Aber ansonsten ist Streamer sein halt schon sehr chillig. Ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ich bin gespannt, wo es bei dir hingeht, man. Ich hoffe, wir quatschen nächstes Jahr nochmal so ein bisschen und gucken mal, was bei uns passiert ist. Das wäre mega lustig. Das wäre sehr geil. Das wäre sehr geil. Für heute, war es das aber. Ich danke dir vielmals, Tristan. Schön, dass ich dabei sein konnte. War cool. Oder würdet ihr doch Streamer sein? Ey, würde mich auch interessieren. Das wäre super interesting. Sollt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren reinschreiben. Das wäre sehr geil. Ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass ihr heute hier gewesen seid. Tristan, du darfst auch gerne noch jemandem Danke sagen, wenn du möchtest. Irgendjemandem, der dich begleitet hat in der Zeit. Ja, ich würde mich wahrscheinlich bei meiner Familie bedanken, weil die mich von Anfang an supportet haben. Die haben ja auch quasi, ich bin ja auch von der Schule abgegangen und meine Eltern haben das okay gegeben sozusagen. Deswegen, ich hatte eine Familie, die mich da von Anfang an bis zum Ende unterstützt hat, auch in den harten Zeiten, wo es nicht so gut lief bei League of Legends. Und das hat auch nicht jeder Pro Player. Ich kenne auch viele, die das nicht haben. Deswegen da nochmal ein großes Dankeschön an meine Family. Sehr sweet. Sehr, sehr cool. Und Nachvollziehbargrüße gehen raus. Ihr habt sehr, sehr gut gemacht. Tristan ist ein cooler Dude. Euch, wie schon gesagt, danke, dass ihr zugehört habt. Das war es für diese Folge. In der nächsten reden wir so ein bisschen auch über E-Sport, aber vor allen Dingen das, was sich in der deutschen Szene so entwickelt hat mit Friending unter anderem. Der wird da sein und Nugget. Das wird sehr cool. Also, wir sehen uns in der nächsten Woche oder wir hören uns in der nächsten Woche. Für heute war es das. Haut rein. Bis dahin. Euer Paul Wigel und euer Bar. Ciao, ciao.